Hey Leute, freut mich euch wiederzusehen. In diesem Video reden wir über die Halbwertszeitszusätze, Blauverschiebung und Gegenkraft. Natürlich schauen wir uns dabei auch... Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Wird auch langsam Zeit. Wir bezahlen euch doch nicht, damit ihr euch einen schönen Tag macht. Wenn sie auf die Bahn nach Sektor G warten, sind sie vielleicht schneller dort, wenn sie laufen. Kalun, wie haben Sie eigentlich das Schloss geknackt? Ach, ist ja auch egal. Wenn Sie es an den Soldaten vorbeischaffen, suchen Sie Dr. Rosenberg. Mit ihm zusammen haben Sie eine Chance, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor diese an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich teilweise für das alles verantwortlich bin. Wir haben keine Zeit für eine Pause. Wir müssen weiter. Ja, möglicherweise könnte ich sie durch den Luftschacht in der Decke schieben. Wenn Sie Glück haben, könnten Sie die Soldaten vielleicht überrumpeln. Lassen Sie mich hier bitte nicht zurück, Kalun. Ich bin hilflos, wenn mich die Soldaten finden. Sollen diese Idioten doch versuchen, einen Kampf auszufechten, den sie nicht gewinnen können. Ich will hier nur rauskommen. Hey, Kalun! Sieht nach einem langen Tag für uns aus. Schönen Tag noch, Kalun! Moment mal. Die Tür nimmt Ihre ID nicht an. Nett von Ihnen, dass Sie heute Morgen doch noch gekommen sind, Kalun. Ja, ja, ich weiß. Probleme mit dem Zugangssystem. Wir haben heute Morgen überall in der Anlage Probleme. Systemabstürze, Störungen im Sicherheitssystem. Es ist ein Wunder, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Oh, oh. Und jetzt? Ich weiß, dass Sie erst in ein paar Tagen auf dem Plan stehen, aber wenn Sie auf dem Schießstand ein bisschen ballern wollen. Nur zu. Ich weiß, ich weiß. Wir tun, was wir können, um das Problem in den Griff zu kriegen. Das riecht hier noch so. Woher soll ich das wissen? Freunde wie dich braucht man wie ein Loch im Kopf, Mann. Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Wer soll ich das wissen? Diese Zivis werden langsam lästig. Jo, warum müssen wir eigentlich die Drecksarbeit machen? Wir müssen die blöden Jobs erledigen, weil Shepards Team ist nicht geschafft. Okay, bringen wir es hinter uns. Problem könnte gleich. Ja, denn für uns werden andere Bio-Einheiten. Seine Ressourcen werden nicht mehr übrig sein. Das war knapp. Nein! Ich würde Ihnen ja helfen. Aber mich hat Sie, können die Energiezelle wahrscheinlich durch den Zaun in die Ladestation hinter mir schieben. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheit. Wenn Sie in den anderen Sicherheitsbereich in Sektor B oder C wechseln möchten. Tut mir leid, Kalun, ich bin im Dienst. Du bist so übergeschnappt. Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Sollten Sie nicht eigentlich einfach Stullen und Kaffeetassen bewachen? Tut mir leid, Kalun, ich bin im Dienst. Bis später. Ich gebe ein Bier aus. Den Himmel sei dankbar. Tut mir leid, ich bin nicht Doktor Rosenberg. Kann ich echt nicht sagen. Richtig. Warum müssen wir immer die Drecksarbeit machen, mit der die Idiotenfamilie nicht fertig werden? Keine Ahnung. Ich will nur das Päckchen hier abliefern und wieder verschwinden. Vorsicht mit dem Ding. Eine falsche Bewegung und die ganze Anlage ist Vergangenheit. Aha, Corporal Shepard. Endlich treffen wir uns. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Oh nein, Sie sind einer von denen. Können wir uns nicht einfach vertragen? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten mit dem Befehl, dieses Institut zum Schweigen zu bringen oder diese üblen Aliens. Bist du übergeschnappt? Ich mach die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Hast du schon das neue IG-88 gesehen? Au Mann, das war knapp. Nix wie rein hier. Tja, du scheinst dein netter Kerl zu sein, Corporal. Also, du musst unbedingt da runter. Ey Mann, schön Sie zu sehen. Boah, kaum zu glauben, dass Sie es an den maskierten Freaks vorbei geschafft haben. Die Scharfschützen haben uns hier ganz schön festgenagelt. Wir haben einen Ausbruch versucht, aber die wissen, dass wir hier sind. Wir warten einfach nur auf Ihre Schüsse und diese Bastarde sind geduldig. Da scheint jemand ganz schön Scheiße gebaut zu haben. Sieht so aus, als hätten sich die Lometta-Träger ein bisschen überschätzt. Ach, zum Geier mit Freeman. Bringen wir uns lieber selbst in Sicherheit. Wachdienst, hm? Na klar. So produzieren wir mehr Schrott. Corporal. Ich glaub, ich schaff's nicht. Ich brauch einen Sunny. Wo ist Freeman? Wir können hier nicht unsere Zeit vertrödeln. Keine Angst, Soldat. Ich hab sie in Nullkommanix wieder auf den Beinen. Ja, ich dachte, wir wären alle im selben Team, oder? Der braucht schon einen Schlüsseldienst, was, Shepard? Äh, Roger, alles klar. Noch einer für die Psonne. Shepard, Sie sind Balsam für meine müden Augen. Will noch jemand eine Ladung? Dieser Einsatz ist ja wohl das allerletzte. Sie müssen hier raus. Hören Sie, Shepard, diese... Dinger. Die werden uns alle umbringen. Corporal Shepard, hä? Sieht mir mehr nach Corporal Schnecke aus. Da müssen wir aber mal ein Zahn zulegen, Weichei. Wir haben keine Lust, auf deinen wirklosen Arsch zu warten. So, Wurm, stell dich mal hier hin. Das demonstrieren wir jetzt mal. Wie du siehst, bist du nicht tot. Die HSW schützt nicht nur, sie kann auch viel mehr. Woher kommst du, Soldat? Texas. Heilige Scheiße. Du weißt, die kommt auch aus Texas, ja? Und jetzt weiter zum nächsten Abschnitt. Zack, 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 im Laufschritt. Dalli, dalli, dalli. Also, ihr Wurmab, mal sehen, ob ihr eure Hinter durch meinen Hinterdiskurs schieben könnt. Du hast die Panzerweste also gefunden. Damit dürfst du zu da draußen einigermaßen sicher sein. Mit dir zusammen sind meine Überlebenschancen größer. Mann, bin ich froh, dass ich hier nicht der Hausmeister bin. Der Luft der großen, weiten Welt. Ich bleib hier und tu so, als ob ich das Gebiet bewache. Und einer für Papi. Tja, ich werd lieber hierbleiben und sterben. Eigentlich soll ich heute Abend Skat spielen. Na klar, als Team sind wir besser. Denkt ja schlimmer als die Pommesbude von nebenan. Ob du's glaubst oder nicht, aber ich war in der Schule. Sogar in der Gesamtschule. Tu mir nicht weh. Dann erzähl ich dir ein Geheimnis. Ich habe mich hier versteckt und gelauscht. Also, diese Black Ops-Typen, die haben so eine Art Bombe. Ich glaub, die wollen die Basis in die Luft jagen. Verstehst du, warum die sowas tun? Mama macht sich Sorgen, wenn ich zum Essen nicht daheim bin. Schreie gehört. Die armen Kerle. Wenn ich sage, springt, dann ist eure Antwort wie hoch. Kapiert? Sir! Ja, Sir! Man, schön, sehr schön, auf jemanden in den Uniform zu sehen. Draußen sieht's übel aus. Diese Dinger kommen aus den verdammten Wänden raus. Ich kann Ihnen Zutritt zu allen verschlossenen Bereichen dieses Labors haben. Behaupten Sie jetzt immer noch, die Chaos-Theorie entwehre jeglicher Grundlage? Wir haben es endlich geschafft, eines dieser Muschelwesen von der Stelle zu lösen, an der es herangereift ist. Eine HSW kann an einer Batterie genauso wie an industriellen, militärischen und HIV-Ladestationen wieder aufgeladen werden. Adrian, bist du das? Vielen Dank. Vielen Dank.